Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich habe zwar gesagt vor Ostern gibt es kein Video, aber dieses eine Video kommt noch von Art Cologne, wo letzte Woche die FIBO war. Ist jetzt die Art Cologne. Ist eine kleine Kunstmesse. Ich war noch nicht hier. Ich habe gedacht, das nimmst du auf jeden Fall noch mal mit, weil wenn du schon in Köln wohnst, dann gehst du natürlich auch auf die Messe. Jetzt viel Spaß mit den Impressionen. Mal schauen. Ich war noch nie hier. Keine Ahnung, was mich erwartet. Viel Spaß. Amass. Amass. Vielen Dank. So, ich bin jetzt hier eine Stunde drin, 25 Euro Eintritt, es gibt zwar quasi zwei Etaschen, unten werden Bilder und so verkauft. Ihr habt auch die Preise gesehen, es ist schon Oberklasse, also fünfstellig kann man hier schon rechnen. Ja, ich sag mal so, meine Richtung ist es nicht. Ich wollte es mir jetzt einfach mal angucken. Ich werde auf jeden Fall noch ein, zwei Impressionen machen. Das eine oder andere hat mir auch gefallen, aber ich kann es mir nicht leisten. Es ist einfach fünfstellige Summen. Es ist wirklich Kunst, die auch gerne bezahlen möchte. Es gibt bestimmt auch Klientel, die das bezahlen kann. Ja, und jetzt ein paar weitere Impressionen. Allzulang wird das Video nicht, weil es ist nicht so wie die FIBO Action, Action, Action. Hier könnt ihr euch vorstellen, mehrere Bereiche der einzelnen Ateliers, die dann ihre Kunst vorstellen. Und ja, so sieht die Art Kolonne aus. Und ja, so sieht die Art Kolonne aus. Ja, ich bin jetzt raus aus der Art Kolonne. War jetzt gute 1,5 Stunden hier. 25 Euro Eintritt ist okay. Okay, ich muss sagen, Kunst ist nicht so meine Richtung, habe ich heute gemerkt. Deswegen werde ich auch nicht ein zweites Mal hierhin kommen. Ich denke, der Eintrittspreis hat sich trotzdem gelohnt, denn ich konnte euch ein paar Impressionen machen. Ich sage, ciao mit Frau Robin. Und das ist jetzt wirklich das letzte Video vor Ostern gewesen. Tschüss.